Schon immer. Let's go. Merry Christmas to you, bitch! Wie gut, dass ich bei den Sprengwaffen unendlich Munition eingestellt habe. Das kommt mir jetzt wirklich zugute. Oder ist einfach vom Spiel her auch normal so. Dass man unendlich Munition hat. Will you hit it harder next time? Yes, please. Hit them as hard as you can. Oh shit! Oh fuck! This is kinda bad. Kinda bad. What the fuck are you doing? They got Kinsey! What? We were set up. I got out of the simulation. Pearson King were out cold. The proximity alarm is screaming. And Asha Miller and the Vice President are gone. Hey kid, don't keep David. And left us sleeping so we get picked up by Zinyak. Too bad for them, we're awake. Hell yeah! Also Leute, lasst uns lossehen. Oh, wir haben wirklich scheiß Waffe. Secure the room. I'm checking on Kinsey. We'll save you Kinsey. I promise. You ready? Cause we got visitors. No problem. Let's fight this damn assholes. Yo! I come to you! Man, ich hasse diese Waffe, ne? Die ist so nervig. Komm schon! Oh ne, so ein Killer Bot. Der leckt mir am Arsch. Wie gut, dass ich meine Banden auch aufgebessert habe. Ich hoffe, das wirkt sich auch auf die hier aus. Nicht nur auf die, die ich anhören kann, die normalen. In der Simulation. Das mach ich, nehm mal hier. Ich bin jetzt mal hier. Es ist Zeit für eine Real-Action. Wow! Wir gehen! Warum wir gehen? Wir gehen! 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 Entschme! Eine勝 tenga! Zeichne! Oh shit! Okay, we know what we have to do. I'll rescue her! Statt hier wieder's einfach mit meinen Händen, diese scheiß Alien Waffen. Nämlich am Arschlecken. Everyone's fine, they grabbed me and... Hey, sit, said something about heat signatures. One of them put a device on the wall, I'm not sure what it is. Okay. We got bombs over here. Bombs? Yeah, and they're set to blow. You thinking what I'm thinking? Keep an eye on Kinsey, Shaunie. Johnny and I are about to do something really stupid. You got a specific thing you want to blow up, or just shit in general. Kinsey, what's the weakest point on this in-shit? Yo, boss, Kinsey's... Fuck! Look, we'll just find the biggest, glowingest thing on the ship and stick the bombs to that. Okay. The Zen sure do make a good argument for murdering him. Xinyak can't hide forever. When I find him, he's gonna wish he fell on his own sword. Take your time, huh? That sounds like a plan. I got the chance. The RIP-Zinyaks got that head off. What? Where do you think the Zen had Kinsey? When I find Matt Narsha, I'm gonna beat that information out of them. Hell yeah. Yo, we got some alien gun over here. Ah, schön, aber ich prügel die mit meinen Fäusten weg. Hey, Johnny! Fuck, you would think I wanted to go to Hawaii or something? I lived in this shit. Naja, zumindest könnte ich die mit meinen Fäusten wegprügeln, was ich jetzt auch lieber mache. Wenn das ist cooler. Fuck. Woooo, zack. What the hell, man? What the... Fucking hell. Zack. Ich sprügele auch den Roboter weg. Okay, den vielleicht nicht. Aber den restlichen Spargo ist ja schon. Was kann ich da eigentlich aufnehmen? Ja. Sehr cool. What the fuck? Warum fliegt er so durch die Luft? Okay, etwas Wichtiges. Okay, ein bisschen hier hoch. Johnny kümmert sich hier wunderbar um alles. Während wir hier eigentlich Urlaub machen könnten. Ach komm. Nein, 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 nein. Erst noch den erledigen und dann kann ich das Schild wieder wegpacken. Okay, vielleicht doch nicht. Headshot, bitch. Was ist denn der jetzt? Vielleicht komischer Todesroboter. Pack das doch weg. Danke. Hell yeah. What the fuck was that? These bombs are hotter than we thought. Let's get the fuck out of here. Okay. We have to hurry. Yo, quit fucking around and get in here. Oh, fuck you. Okay. Klingt nach nem Plan. God damn it. What happened? Am I6 fucked us? I knew it. I should have had it out for me since jump. She talks shit in Pakistan. She sucker punched me in. Can't believe Miller had me fooled. To think I actually apologized. He's probably been working this angle for a while. Hell, he might have even been the one who tipped off Zinyak about Johnny. Doubt it. Dante said that the lowest circle of hell was reserved for betrayers. But it's important to remember that it's the storyteller who decides who the hero is. Not Morality. But while philosophers will spend years debating the epics of the Kinsey Gambit, the Saints had a less charitable view. Keith David is a dead man. Also hat Keith uns verraten. So wie's ausschaut. Okay. Ja, wir sind schon Level 50. Da geht nicht mehr. Fahrzeug Genki-Mobil. Das haben wir aber eben auch gespielt. Hintergang. Was ist unser nächster Auftrag? Oh, Bargeld. Oh yeah, Bargeld. Und Kräfte? Haben wir auch neue. Okay, Kraftschild Upgrade. Erlangen deine Kräfte etwas schneller zurück, nachdem du einen Kraft-Schrommagen her... Droh... Okay. Yay. Und nochmal. Yay. Das heißt, falls so ein Ding kommt wie eben, dass wir unsere Kräfte verlieren, verliere ich meine Kräfte zwar, aber etwas weniger lang. Ach man, ich bin da schon wieder freust, ja. Ich will weiter Sachen kaputt machen. Kommt schon, Leute. Action, 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 action. Hm. Wenn es nicht zu viel Probleme gibt, ich muss mich besser familiarisieren, mit dem die Simulation funktioniert. Ich denke, wenn ich die Veränderungen zu dem Code führen, wenn du ein paar verschiedene Arten für mich machen kannst, ich muss ein bisschen stärker auf die Arbeit der Zinn-Programmung sein. war ein weitergeht sammeln ja wäsch ließt schwein auch zu destroy des schiffen steppi mich die technologie faszinierend es ist so wichtig russia hat mich so mit test simulation sei haben die kein okay er warst jetzt so ist ja mach keith david ausfindig okay hier ist noch auf unserem schiff das wäre arg blöd von ihm in der simulation da müssen wir jetzt rein okay gucken wir mal was ist hier schönes zu töten gibt kommen da direkt in der stadt ist aber hier war es ein portal alles zu dir